was geht ab leute hier im blog für euch und zwar heute malen wir unser wohnzimmer beziehungsweise eigentlich unsere wohnung aber heute wahrscheinlich nur unser wohnzimmer heute wahrscheinlich nur unser wohnzimmer und wir wollen da einfach mitnehmen ich wollte bei der probie da habe ich ein paar sachen gekocht jetzt keine werbung oder so einfach die notwendigsten sagen ich bin kein maler lackier oder so leute ich habe einfach dort jemanden gefragt und er hat mir gesagt was ich brauche und er hat sich youtube-videos angeschaut warum weißt du das wir verwenden selma korn ich fange an mit kleppband ich werde jetzt alles abbinden steckdosen und so damit die keine farbe abbekommen und ja los geht's leute wir haben jetzt das ich weiß nicht das rundherum von der lampe runter genommen damit sie das besser abpicken können wie ihr vorhin gesehen habt er hat sehr gut gemeistert und der kotchtisch fast die leute die das beruflich machen es tut uns leid wir sind nicht professionell wir haben uns youtube-videos dazu angeschaut und das gemacht was wir für richtig gehalten haben aber welche seite das kommt auf oben glaubst du ich glaube ich glaube das ist egal okay ja zwischenstand das hoffe ich doch sehr das ist beim ersten mal sofort dick leute wenn wir irgendwas falsch machen dann schreibt es so rein vielleicht wird zu spät sein der maler weil das ist das erste mal dass wir irgendwas ausmalen ich habe schon einmal ausgemalt aber das war echt das war egal ob ich was falsch gemacht habe und jetzt versuchen wir unser bestes zu geben wir dachten unsere wand ist weiß aber ja leute ich glaube das erklärt alles zusammen aber ich bin nicht so wie geplant aber nicht wir gehen nicht auf wir sind auch echt müde eigentlich zwei stunden geschlafen heute und wir werden wahrscheinlich nach ichter weitermachen nachdem wir was getrunken und gegessen haben das schwingt echt schlecht aus ich war kurz weg da man dort nicht weiter arbeiten kann und nichts machen kann haben wir unser iftar hierhin verlegt also leute die wand ist geworden wie man da sieht vielleicht ich hoffe man kann sehen ist nicht glücklich darüber und jetzt machen wir noch die kleinen details heute macht es nicht noch organisiert durch einmal der das professionell und gut kann und wo man sagen muss das kommt die wand ist weiß das haben wir echt gut hinbekommen aber weiter geht's so 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 am ende des tages um 1 uhr es ist ja nicht mehr des tages sondern der nächste tag ist nicht perfekt geworden aber wir haben es geschafft die decke ist weiß ja wir haben keine lust keine kraft keine zeit mehr für die küche gehabt ihr seht was wir getan haben was wir dachten dass es weiß ist was wir dachten dass es weiß ist so sieht es aus aber es kommt auch noch die nächsten tage holen werden aber das war mal von unseren kleinen wohnzimmer leute es hat vorher falls wir noch ein bild oder ein kleines video finden schneiden wir es rein gibt ein like und abonniert unser kanal für weitere videos ich hoffe es hat euch gefallen die besten maler de kales bis 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 bis